Fendt ist ein Fullliner. Fendt stellt seine ganz tollen Traktoren-Neuheiten hier am Feldtag. Fendt stellt auch die Erntetechnik dar. Fendt stellt die Häckslertechnik unter Zweiten mittlerweile. 850 PS hat unser neuen Häcksler. Und die Funter-Erntetechnik ist auch heute zu sehen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viele schöne, gute, ergiebige und zum Schluss zum Verkauf kommenden Gespräche heute. Lassen Sie sich überzeugen von den neuen Produkten und feiern Sie in der Runde von der Fendt-Kamilie. Meine Damen und Herren, die Parade geht los! Und im Weinbau, und am Berghalt, und im Wald auch weiter zurück. Liebenswichtig für uns alle ist und bleibt Hakekultur. Hakekultur. Ganz schön, schön schön. Hakekultur. Hakekultur. Hier, ist es hier, die Kaine. Du kannst du, du kannst du, du kannst du. Hakekultur. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.